Hallo und herzlich Willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Episode 78 – Dialekte in Deutschland Bevor die Episode startet, noch einmal für dich die Information. Du kannst ab sofort auf meinem YouTube-Channel Mitglied werden und tolle Vorteile genießen. Vielen Dank für deine Unterstützung und viel Spaß jetzt mit der Episode. Die deutsche Sprache ist bekannt für ihre beeindruckende Vielfalt an Dialekten. In Deutschland gibt es eine Fülle von regionalen Varietäten, die oft stark voneinander abweichen. Diese Dialekte sind nicht nur linguistisch interessant, sondern spiegeln auch die kulturelle und historische Vielfalt des Landes wieder. Die Vielfalt der deutschen Dialekte ist beeindruckend und faszinierend. Sie reicht von Plattdeutsch im Norden über Sächsisch im Osten bis hin zu Bayerisch im Süden. Jede Region hat ihre eigene charakteristische Aussprache, Grammatik und Wortschatz. Diese Dialekte sind so unterschiedlich, dass Menschen aus verschiedenen Regionen Menschen Schwierigkeiten haben können, sich miteinander zu verständigen, wenn sie ihre jeweiligen Mundarten sprechen. Das fängt schon bei der Begrüßung an. Während man in Bayern für Hallo auch Servus sagt, begrüßen sich die Menschen in Norddeutschland mit einem kurzen Moin. In Berlin dagegen kannst du einfach nur Tach sagen. Die Dialekte in Deutschland haben tief verwurzelte historische Wurzeln. Während des Mittelalters bestand das Gebiet, das heute Deutschland ist, aus zahlreichen kleinen Herrschaftsgebieten und Fürstentümern. Jede dieser Regionen entwickelte ihre eigenen Dialekte, die stark von den Nachbarregionen beeinflusst wurden. Dies führte zu einer breiten Palette von Dialekten, die bis heute überlebt haben. Ein weiterer wichtiger historischer Einfluss auf die deutschen Dialekte war die langjährige politische Zersplitterung des Landes. So entstanden zum Beispiel das Schwäbische in Schwaben und das Sächsische in Sachsen. In Nordfriesland findet man sogar das Nordfriesische, das mit einem eigenen Wortschatz, wie zum Beispiel Hüß, was Haus bedeutet, aufwartet. Die Dialekte sind nicht nur eine linguistische Besonderheit, sondern auch ein wichtiger Bestandteil der regionalen Identität in Deutschland. Die Menschen in verschiedenen Regionen fühlen eine enge Verbindung zu ihrer Mundart und verwenden sie oft stolz im Alltag. Dies trägt zur Erhaltung und Pflege der Dialekte bei. Ein Beispiel hierfür ist das Ruhrdeutsche im Ruhrgebiet, wo Worte wie Bude, was Geschäft bedeutet, und Pott, was Topf bedeutet, Teil des täglichen Vokabulars sind. In Hessen hingegen hört man oft Bämbel für den traditionellen Apfelweinkrug. Die Dialekte spielen auch in der Literatur und Kunst eine Rolle. Viele Dichter und Schriftsteller haben die Dialekte in ihren Werken verwendet, um die regionale Atmosphäre und Kultur einzufangen. Trotz ihrer kulturellen Bedeutung stehen die deutschen Dialekte heute vor Herausforderungen. Die Globalisierung und die Mobilität der Menschen führen dazu, dass in vielen Regionen Hochdeutsch, also die Standardvarietät der deutschen Sprache immer mehr an Bedeutung gewinnt. Dies kann dazu führen, dass Dialekte in der jüngeren Generation weniger gesprochen und langsam verdrängt werden. Ein Beispiel hierfür ist die Verwendung von Auto anstelle des bayerischen Wortes Wagen in vielen Teilen Deutschlands. Dennoch gibt es auch Bemühungen, die Dialekte zu bewahren. In einigen Bundesländern gibt es Initiativen zur Förderung der regionalen Sprachvielfalt sowohl in Schulen als auch in den Medien. Das Bewusstsein für die kulturelle Bedeutung der Dialekte wächst und viele Menschen setzen sich aktiv für ihren Erhalt ein. Hier einmal ein kleines Beispiel eines Berliners, der im Berliner Dialekt die Stadt Berlin beschreibt. Berlin ist meine Stadt und ich liebe sie von ganzen Herzen. Hier pulsiert das Leben in allen Facetten. Der Kiez um die Ecke hat immer eine neue Kneipe, einen gemütlichen Kiezladen oder einen Jutenclub, wo man die Nächte zum Tage machen kann. Die Geschichte von dieser Stadt ist überall präsent. Von die Überreste von die Mauer bis zu den prächtigen Museen auf die Museumsinsel. Die Vielfalt von die Leute, die hier wohnen ist der Hammer und ich schätze die Offenheit und Toleranz der Menschen. In Berlin findet man immer was Neues. Und hast du den Berliner Dialekt gut verstanden oder war es sehr schwer? Gibt es in deiner Heimat auch viele Dialekte? Welche Dialekte kannst du sprechen? Schreibe deine Erfahrungen in die Kommentare. Neue Vokabeln Vielfalt Widerspiegeln Schwierigkeiten Sich verständigen Historische Wurzeln Überleben To survive Beeinflusst Influenced Alltag Everyday life Schriftsteller Writer Förderung Promotion Beitragen Beitragen Contribute To To Ich habe wie immer eine Frage zum heutigen Podcast für dich. Wie sagt man auf Berlinerisch Hallo? Schreibe die Antwort in die Kommentare. Na, hast du alles verstanden? Wenn nicht, vielleicht helfen dir meine Transkripte. Du kannst sie auf meiner Patreon-Seite finden. Außerdem kannst du jetzt Mitglied hier auf meinem YouTube-Channel werden. Und tolle Vorteile genießen. Werde Teil der Learn German with Falk Community. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt auch dieses Episode gefallen. Wenn so, dann bitte nicht vergessen, dass es ein thumbs up ist. Subscribe mein Channel. Und schreibt mir einen Kommentar unten. From below. See you in the next episode. Tschüss. Und bis bald.